...Zettelteichen, deswegen. Ah! Das ist älter! Ich bin jünger geworden. Ich bin jetzt 17. Ich wohne im Ausbruch. Das sieht man gar nicht. Ich bin 88. Auf dem Zettel. Boah, ich hatte dann einen Parkgeld da hab ich 14 Freunde da dran gehabt. Du warst eigentlich krass, ja. Das muss man auch was zu schaffen. Wollen wir Freundesanfragen eigentlich zwei- oder dreimal schicken? Nein. Du kannst schon schicken, aber das geht nicht. Du, sie haben schon eine Freundesanfrage verschickt. Also, hat er bei mir irgendwas gemacht? Nein, bei mir hat er mal gewonnen. Also, ich hab dich geedit. Ja. Du guckst mir los. Ne, verhalt mal. Ja, dich hab ich nicht gefunden. Du bist w Ey такая... Du bist viel Koffer. Du bist ja mit Nirgendwie. Und dann hast du den Trage.